so und willkommen zu diesem video das ist nur ein ganz kleines infovideo weil alle bekommen jetzt diesen ladebildschirm die schon das crewmitgliedschaft von februar haben also alle die den skin haben bekommen auch automatisch glaube ich den ladebildschirm und zwar hier so sieht es aus hier sieht man dings wie trifft catalyst und im hintergrund einfach lucky landing zum chilliger ladebildschirm aber das war es schon mit dem video es war einfach nur kurz info und tschüss